Hallo meine Lieben und Willkommen zu meinem neuesten Video. Fange ich nicht an. Heute habe ich ein bisschen anderes Video für euch, was ich eigentlich so noch nie auf meinem Karin... Das riecht... Er riecht zu schnell. Gedeppert. Wo ist mein Steady? Wo ist er jetzt? So läuft weg. So, jetzt ist die Frage, wo schnell ist er auf? Und... Ich muss mich dort anschauen. Ich bin fast zu hell in dem Licht, hm? Die Haare haben meinen Kopf A. Das war tief, jetzt bist du deppert. Ich zeige euch mal einen kurzen Ausblick von meinem Sackerl. Nein. Kannst du bitte drehen bleiben? Du bist laut, wenn du gehst. Kannst du hier kommen? Kannst du hier kommen? Ob das dann was bringt? Oder ob sie es weiß behält? Oder ob sie es einfach weiß behält? Da fliegen der fluffige Arschhaare rum. Du hast so viel, mein kleiner Engel. So viele Haare von so einem kleinen Hund. Oh mein Gott. Sie hat sogar ihre eigenen Haare auf der Nase gepicken. Das klingt schon wie ihre Haare mal dumm. Dann kommen wir raus, du Scheiße. Ah, verdammt. Fluffy, hilf mir. Sag mir irgendwas. Irgendwas noch. Noch was? Das war schon sehr hilfreich. Vielleicht schmeckt es auch einfach... Vielleicht schmeckt es mir einfach... Danke, Fluffy. Entschuldigung, so wie hast du jetzt 60er mit so einer... Schrecklich. Warm, warm, warm. So ein Cremebad und zwar Rose und Vanille. Und das ist einfach so ein... Ja, ein Cremebad. Jetzt willst du auch rauf? Schatzi, das ist kein Platz für so viele Hunde. Das ist ein Rabanne... Er... 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 Er ist schon hier daneben. Das gibt's ja nicht. Hier ist die Stadtmauer... Dort gegangen. Das ist kein Deutsch. Komm mal vom Alter zu... Von... Reden, weil ich halt mich auch... Da haben sie mal... Und wie ich die... Hab mir das Ganze jetzt nochmal abgeteilt. Und zwar... Horizont... Horizont... Schmeckt's, Flappy? Das ist kurz aussteig wie die Coco. Das würde mich belasten. Das würde mich belasten. Späht mich ja nicht an. Späht mich ja nicht an, kleine Schweinchen. Ah, nein, verdammt. Boah, ist ich in derweil. Vom Kanal Elisday. Oder Elisdays? Wie heißt's denn jetzt? Sollte man halt wissen... Wie sie sich jetzt nennt. Und... Ah, nein. Ich hasse es wirklich. Du auch frufig, gell? Du magst die auch nicht. Miep. Miep. Welche eure Nummer eins, zwei und drei sind... Dies. Ich habe jetzt gehört von ein paar Leuten, dass sie sich so grün... Ich ihr für ein Tauschpaket... Die Coco... Ist für... Ah. Wo steh ich die jetzt hin? Wenn sie ihr die Dress... Also wirklich zugemachten... Mit zugemachten... Unterbewusstheit... Oder... Ich mach das mal auf. Es geht nicht auf. Es ist zubickt. Lass ihr das alles immer so zubicken? Dann habe ich von Balea das Duschgel Kisch... Oh. Die liebensuggerissen macht uns ja voller und... Und also der hat wirklich extrem nach Erdbeerkroch... Ach, Erdbeer sag ich. Hörst du auf zum Vibrieren? Wo bist denn du? Uh, Duft Erdbeer und Vanille. Das müssen wir auch gleich mal riechen. Warum backen die alles so kacke ein? Haben sogar die Nagelfeile da rein piekt. Das ist intelligent. Das ist jetzt die Farbe Burgundy... Nein. Und was auch von der... Wo war ich denn jetzt? Möchtest du das noch? Jetzt kann ich mich da nochmal anschlecken. Diese Farbe wäscht sich gleich... Ich kann kein Deutsch weiter. Bestört haben und weiß ich überhaupt nicht... Überhaupt. Boah, schreckt mich das. Fährt man das? Kann ich die Fresse halten, wenn ich das filmen will oder... Das ist noch viel verlangt. Natürlich kann man es nicht weiter weg zoomen. Die Haut fühlt sich gut an. Ich sag's nochmal. Ein Juck. Autsch. Und zwar... Ich habe keine Ahnung welche. Ich habe jetzt auch keinen besonderen Geruch. Es ist warm. Um Gottes Willen ist das schwer! Ich sehe jetzt natürlich nichts, aber... Buh, warm ist heiß. Warum nimmt meine Nase jetzt zu? Oder waren es jetzt 85 oder 80? Ich weiß es nicht mehr. Ich sag's nochmal. Also die Fluffy riecht so... Nee, nicht riecht. Also die Fluffy riecht... Das heißt schon wieder riecht. Soll ich noch eine Thumbtine machen schnell oder nicht? Doch, ja. Ja, das war doch ein guter Fakt. Also riecht voll gut. Ekelhaft. Immer fliegt der Scheittrick runter da. Fluffy geht am Platz, ist nichts passiert. Ich greife jetzt einfach mal wild... Deutsch ist schwierig heute. Ja, mein Fuß ist eingeschlafen. Oh, der ist aber voll eingeschlafen. Fällt mir noch irgendwas ein, Fluffy? Was sagst du? Ich weiß es nicht, ob mir noch was einfällt. Sorry. Dann habe ich von Maybelline Babylips einen... Das ist so kacke über den scheiß Bleachschirm. Ich sehe fast nichts. Jetzt kommt der Scheiss hier schon raus. Keine Ahnung, ob das jetzt sowas geworden ist oder nicht. Das geht einem Arsch da. Pro Verpackung ist eine Tube drinnen. Logischweise. Und Clém Vuittal, das frechet ab. Das frech! Klingelt Flüffchen. Freches Flüffchen. Nananananana... Nananananananana... Boah! Madaakoao Bitte! Das sage ich irgendwie anders als Linie... Ich sei ein Behindert... Verhält mir noch was ein? So gut wie es geht auch voll... Ich verliere meinen Socken Ja, dann auch! Wie sage ich denn da? oder ich lasse ihn einfach weg. Ich sag schieße in den Arschlochsocken. Keine Ahnung, wie es im Bild war. Ach, diese verhulten Socken, ich sag's dir. Schmeckt's. Und die... Soll ich halt holen auch? Du Arschloch, bleib brennen. Verdammt. Wie scheißen behindertes Klumper, du. Ich sag immer, was sag ich eigentlich immer? Jetzt müssen die Zettel runterfallen. Ich mag nicht mehr. Und hat gekostet, wie viel? Gebt bitte, wo steht das jetzt? Jetzt geht mir Hände waschen. Könnt ihr gerne unten in der Infobox, wollte ich sagen. Das sind 250 Milliliter. Das sind 250 Milliliter. Dass ich's halt rausbringen. Jetzt blinkt's dauerhaft. Nein. Meine Socken ist schon wieder weg. Das ist einmal erledigt. Ach, Kacke. Das ist einmal erledigt. Ich glaube, jetzt wollen wir beim besten Willen nichts mehr ein. Ich verlinke euch das Ganze unten. Wer steht in der Sintel? Lass mir bitte einen Daumen nach oben da, dann werde ich sicher wieder öfter. Ich glaube, das war's. Danke vielmals. Z surtout, kaputtete. Tschüss. 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 RICH